Ihr Name ist Naujak, Madita Naujak, und sie ist der Ramp-Agent. Ihre Mission, sie ist die Antrechpartner für Cockpit- und Kabinenbesatzung und sie ist die Schnittstelle zwischen dem Ops, der Einsatzzentrale der Fluggesellschaft, dem Gate-Personal und den Vorfeldmitarbeitern. Der Ramp-Agent überwacht und koordiniert alles an dem Flugzeug während der Bodenzeit, vor dem Abflug und nach der Landung. All I do here is to see that the passengers disembark properly. I just asked if the aircraft has any specials on board. Things look good. We don't have any specials, so everyone can come off the plane now. The Ramp-Agent's tools. What's really important is a watch, because we always have to keep the time. And out here, time is money. That proverb really rings true for us. And we always have a walkie-talkie too, so we can communicate with Ops and our ramp colleagues. The passengers leave the 2-1-5 aircraft. Now the plane's empty, except for the cleaning team. They're still busy tidying up the aircraft a bit. Now everything is safe. Ramp-Agent Madita beendet ihren Einsatz an der gelandeten Maschine. Now I drive back to Ops. Everything's done here, so I'd go and wait inside until the crew on board reports back to me. Zurück im Ops muss selbstverständlich auch der Kopierkram erledigt werden. Wichtig hier, Tank- und Wetterladen und das Logsheet mit allen Ladedokumenten. Nach einer Standzeit von 50 Minuten geht es schon wieder weiter. We're driving to 17 again, where the uniformed Bravo is standing. The crew just reported in. And now we'll see if everything's going smoothly. The crew sends all the information on the incoming aircraft. Ramp-Agent Madita sorgt dafür, dass alles rechtzeitig da ist. Vom Gepäck bis zum Kerosin, damit alles bereit ist fürs Boarding. Ja, Madita hier. I need fresh water for uniformed Bravo at 17. Great, thanks, bye! Now check with the pilots in the cockpit, then boarding can begin. Schau mal, wie weit die oben sind. Wisst ihr schon wann ungefähr? Ja, wahrscheinlich wenn ... Wir können jeder Zeit bohren. Okay, wie geht's? Okay. Okay, machen wir. Okay, machen wir. Komm. Die Maschine ist voll. Ach, er ist von an. Here are the passengers' lists with the so-called specials. That means premium passengers who get to board first. Or wheelchairs, which also get priority. I'll take the lists down with me and deliver them. So the crew knows exactly who's on board. All passengers have booted, ready for pushback. Yes, Madita here. I need the pushback for Uni Bravo at 17. Ramp Agent Madita has fulfilled her mission. The first of 10 planes to take off today. The first of 10 planes to take off today. in die Luft.